Ok, gut, jetzt passt es wieder, hoffe ich mal. Gut, keine Verzögerung, beide gehen in die richtige Richtung auf. Dann ist es nämlich immer so, wenn wir fahren und wenn wir ankommen, machen wir halt dann einfach dazu und dann dürfte es schon passen hier. Hier mache ich wie gesagt die beiden Redstone-Lampen hin, soll ich jetzt hier auch noch Holz machen oder das einfach so lassen, ich lasse es lieber so. Wobei ich hier ganz gerne noch so einen Brick hätte und dann hier dementsprechend auch. Hier auch und hier, 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 hier. Ne, hier kommt was ganz anderes rein. Das seht ihr dann aber erst, wenn es soweit ist. Die beiden Eimer auslernen, wobei ich brauche nur einen auslernen. Weh, das Ding fällt mir jetzt rein. Das ist mir lieber. Zack. Zack. Sieht besser aus, als es dann den ganzen Block voll mit Lava ist quasi. Und wir müssen wieder schlafen. Gut. Dann haben wir das auch. Endlich. Alles klar. Dann brauchen wir jetzt die Redstone-Lampen. Für ne gescheite Beleuchtung. Und Closed Stone. Und das bekommen wir, wie wir alle wissen, nur im Nether. Ja. Cool. Im Nether. Da müssen wir erst mal hin. Platz hier. Crafte mir zum x-ten Mal ein Boot. Okay. Und los geht's. Wir brauchen noch einen gescheiten Ort für einen Portalraum. Ich würde fast gerne sagen, dass wir das da in der Nähe machen. Vielleicht in irgendwie einen anderen Berg oder so. Das fände ich ziemlich cool. Cool und nicht schwul. Das ist ein Unterschied. Zack. Und. Zack. Aufräumen. Ne, heute nicht. Und. Zack. Das hat ja eigentlich gar nichts verloren. Wo hat's dann was verloren, frage ich mich grad. so. Jetzt nehmen wir mal mit. Das lassen wir da. Jetzt dann Torches. Okay. Das war's, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Wie sieht's da aus? Haut. Wie sieht's da aus? Haut. Ist auch am hauen. Okay. Dann würde ich sagen. dass wir uns. Einem Portal raumen. Und schon wieder ein Creeper. Es ist Wahnsinn. Es ist umbalieverwool. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Da haben wir welche. Es ist wirklich, naja, den treffe ich eh nicht. Vor allem nicht mit diesen paar Pfeilchen hier. Ich könnte mir zwar noch ein paar machen. Aber die paar. So, so. Gut. So. 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 Okay. Portalraum. raum kommt wohin hast du diesmal jetzt ein ei gelegt faules huhn nein wie wärs denn ein endermann ich schau dich an ich schau dich an ich schau dich an ist jetzt echt auf mich fixiert ja also das geht so weit daraus nicht ich würde ganz gern sagen oder fast sagen dass wir das portal an den portal raum da reinbauen ich denke das dürfte ziemlich gut werden und ich muss mal kurz nachschauen wie viel speicher ich noch hab ich muss mal ganz kurz schauen wo der das jetzt hin speichert das gleich so und da bin ich wieder alter hat mich das gerade echt geschockt ich habe es zum glück also ich habe meine festplatten wieder umbenannt vorher fg und geber f und das speichert aber automatisch irgendwie das ding so aber irgendwie auch nicht so und ach keine ahnung ich bei der falschen festplatte zum glück nachgeschaut ich habe mir schon gedacht wtf wo sind die ganzen dateien dabei habe ich sie zum glück auf der 2 terabyte festplatte gespeichert und nicht auf der 57 gb was ich eigentlich immer mache weil ich sie dann wieder lösche nur die fertigen dateien die beim auf der 2 terabyte ich habe eigentlich alle spitze also alle dateien habe ich immer noch bis auf die ganzen display folgen die löschen regelmäßig also jetzt play minecraft die was für sich worms oder so könnte ich alle noch mal neu hochladen falls sein soll falls wäre die habe ich alle noch da wobei es bei sniper ghost warrior da ging es schon ganz schön knapp her und vor allem bei most wanted ich glaube da bin ich auch habe ich glaube da habe ich auch schon was gelöscht oder so weil da war eine datei so meistens ein gigabyte und das ist wenn ich da hunderts dinge habe dann habe ich 100 gigabyte nur doch most wanted und vor allem wer schaut sich das eh schon an so nee wir waren gerade hier gerade geschockt und sind jetzt wieder unterwegs nach unten enderman ich komme bist du hin wie du klaust jetzt irgendwas aus meinem haus dann möge ich dich gar nicht mehr leiden oh ein zombie der enderman hat sich zum zombie konvertiert wirst du stress ja komm halt her ja ich hole meine brüder meine mutter mein papa mein opa mein oma mein oma meine oma deine enkel und deine kinder und dann gehen wir gemeinsam auf dich los wenn du stress haben willst oder ich mache die alleine fertig nein xp sink nicht so tief okay hier würde ich sagen brauchen wir nicht so extrem übertreiben und hier hätte ich vielleicht sogar eine ganz coole idee aber mal schauen was sich so ergibt weil man muss ja blöderweise aussteigen so ne das war's ja dann schon soll ich das so machen hm dann wäre hier portal also obsidian 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 wenn wir vielleicht mal ganz interessant hier 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 kann man quasi mit dem boot irgendwie so reinfahren aber das ist auch irgendwie scheiße hm 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 ne ich mach's lieber größer ganz normal soll ja auch noch ein bisschen was nach was ausschauen soll ja auch noch ein bisschen was nach was ausschauen ok ok ich mach das jetzt hier mal mit clean stone hier kommt was das heißt hier brauchen wir ein genau und dann würde ich sagen bauen wir das jetzt doch ganz einfach mal auf geht's ab geht's da wäre es ganz praktisch wenn man so eine unendliche lava quelle machen kann aber leider leider geht das ja nach wie vor nicht ich weiß gar nicht ging das früher mal in der alpha oder so ich dachte schon oder ich denke schon seit wann spiele ich eigentlich minecraft schon seit der alpha ja späte muss ich mal nachschauen und dann und dann ist das genau weiß ich nicht das ist nicht eine version vor alpha 1.2.2 glaube ich war das Wegen was bin ich jetzt gleich nochmal hier? Achso, ja. Wegen den Ehemachen. Und es wird schon wieder Nacht. You only can sleep at night. Ikone am Durchschlaf. Also das weiß ich jetzt eigentlich nicht. So, so. 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 So, ja, nee, lieber nicht so. So und so. Gute Nacht. Und wie sieht es eigentlich mal in der Lederrüstung? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, ab zum Lava holen. Flup. Und bald habe ich meine einein und halb Stunden. Einein und halb Stunden Aufnahme. Habe ich wieder für eine Woche aufgenommen. Das wäre sehr gut. Wäre ich sehr gut. Oh, da ist es dann ganz schön flach. Fällt mir drauf. Na 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 Untertitelung des ZDF, 2020